Ihr wollt wissen, was aktuell bei PayPal so los ist, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich werde euch heute sagen, warum ich einen Turnaround mittlerweile für sehr wahrscheinlich halte bei der Aktie. Es natürlich aber sehr viele Stolpersteine gibt, darauf werde ich heute in diesem Video ganz genau eingehen. Wir gucken uns nicht nur die aktuelle Lage an, sondern auch nochmal so einen kleinen Rückblick auf den Innovations Day. Da gab es nämlich wirklich trotz erstmal so Enttäuschungen, die es da gegeben hat, zumindest auf dem Kursverlauf, einige wirklich sehr spannende Neuerungen, die angekündigt worden sind. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Denkt doch dran, Daumen nach oben nicht vergessen, das hilft dem Algorithmus und auch mir im Kanal weiter zu wachsen und euch kostet es nur einen kleinen Klick. Wie ist denn die aktuelle Situation? Hier sehen wir jetzt nochmal den Kursverlauf. Also auf drei Jahre Sicht hingesehen hat die PayPal Aktie mittlerweile fast 80% verloren. Nach den letzten Zahlen oder ich nenne es auch gerne live aus Dubai, man hat das Munkeln gehört, dass beim Maskenmann die ein oder andere Träne geflossen ist, weil so ziemlich das ganze Geld in PayPal steckt. Aber ist ja für ihn theoretisch kein Problem. Da macht er einfach doppelt so viele Tradings auf Naga, dann hat er das Geld wieder draußen. Aber nun mal ernsthaft, also minus 12%. Am Freitagmittag ist die Aktie allerdings auch wieder ein Stück weit nach oben gekommen. Und ich persönlich muss sagen, ich kann es nachvollziehen, dass zuerst so ein bisschen Enttäuschung war. Die Zahlen an sich aber fand ich trotzdem wirklich sehr gut und kann dann eben auch wiederum nachvollziehen, dass die Aktie dann eben doch wieder so ein Stück weit angezogen ist. Also hier sehen wir jetzt mal die Q4 Ergebnisse und die waren meiner Meinung nach wirklich ordentlich. Also Total Payment Volume 15% nach oben. Net Revenues, die sind um 9% nach oben gegangen. Also auch da eine wirklich sehr gute Entwicklung. Operating Income ist sogar um 39% nach oben gegangen. Das Net Income um 52%. Natürlich, man darf jetzt bei diesen hohen Zahlen, weil viele würden dann sagen, hey 52% Gewinnwachstum und auch das EBIT 39%. Das sind doch gigantische Werte. Man darf natürlich nicht vergessen, von wo PayPal jetzt auch gerade aus dem letzten Jahr herkommt. Und zusätzlich ist es vor allem der Ausblick gewesen, der so ein bisschen das Bild getrübt hat. Aber dazu kommen wir gleich dann eben noch. Also an sich, die Zahlen auf den ersten Blick sind eigentlich wirklich ganz gut gewesen. PayPal hat immer noch wirklich eine extrem starke Marktposition. Ihr Marktanteil liegt immer noch bei über 40%. Als nächstes kommen dann so Zahlungsanbieter wie Stripe mit 20%. Shopify mittlerweile auch fast 14%. Amazon Pay mit 4,9%. Da gab es ja diese schlechte Nachricht, dass Venmo nach nicht mal einem Jahr Zusammenarbeit bei Amazon schon wieder rausgeflogen ist, weil sie hier auch ihren eigenen Dienst weiter stärken möchten, beziehungsweise sowas eigenes ausrollen möchten. Und es gibt natürlich auch noch andere Zahlungsabwickler. Gerade auch Apple ist da immer wieder mal so ein Thema. Also PayPal ist auf jeden Fall nicht konkurrenzlos. Und es wird eine große Herausforderung sein, ihre starke Marktposition auch weiter zu halten. Was hat denn sonst so für Probleme, auch für den Absturz gesorgt? Eines für mich der ganz großen Probleme, die das Unternehmen hatte, sie haben zu langsam auf die abkühlende Situation reagiert. Hier sehen wir mal die Number of Employees, wie die sich entwickelt hat und dann die Annual Growth Rate, die sie hatten, also die Wachstumsraten. Die sind eigentlich sehr oft zweistellig gewesen. Vor allem Corona hat dann auch noch mal beflügelt. Aber im Jahr 2022 und 2023 hatte das Unternehmen extrem zu kämpfen. Und wenn man da jetzt natürlich sieht, wenn man von einer zweistelligen Wachstumsrate dann sogar ins Minus verfällt, dann muss man sagen, dieser Employee-Count, natürlich, das kann nicht immer ganz so schnell gehen, aber da haben sie für mich nicht schnell genug reagiert. Und PayPal ist eben auch ein Unternehmen, wo ich jetzt sage, da kommt es wahrscheinlich nicht auf jeden einzelnen Mitarbeiter dann an. So hart das natürlich klingt, aber diese Unternehmen, gerade auch wie PayPal, auch die großen Big Techs, die hatten sich gerade in der Corona-Zeit halt, man hat es immer so, so wie es gesagt, so ein bisschen Speck angefressen. Also sie haben eigentlich overhired, also zu viele Leute eingestellt. Und daher kam es nun eben die Nachricht, PayPal möchte knapp 2500 Stellen streichen. Das sind so ungefähr 9% ihrer kompletten Workforce. Also ein Schritt, der meiner Meinung nach definitiv Sinn macht, der auch wichtig ist, weil eben sehr vieles von dem Kerngeschäft von PayPal wahrscheinlich auch mit sehr viel weniger Mitarbeitern problemlos abgewickelt werden kann. Und das Unternehmen hier meiner Meinung nach einfach zu langsam reagiert hat. Und gerade dieser Mix aus einem schrumpfenden Geschäft, das sie hatten, oder stagnierenden und trotzdem sehr vielen Mitarbeiter, die also weiterhin natürlich Bestand hatten. Da zählen ja dann auch nicht nur die Löhne von diesen Mitarbeitern mit dazu, sondern auch noch die Share-Based-Compensation. Auch dazu kommen wir im späteren Verlauf noch. Deswegen auf jeden Fall ein Schritt, der nun Sinn macht und auch eben dann hier mit dem neuen CEO wahrscheinlich so wieder so ein bisschen in Verbindung gebracht werden kann. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis. Am 12. April findet das Event Bechtle Meet Invest Flow statt. Das findet in Neckars-Ulm statt. Das ist Bechtle Platz 1. Das ist die Hauptzentrale von Bechtle. Und dort werden wir einen coolen Abend miteinander verbringen. Das ist also ein Community-Event exklusiv für meine Community. Da werdet ihr mich live vor Ort dann auf der Bühne sehen. Wir werden uns dann auch privat kennenlernen. Und das Beste, es gibt Essen und Trinken komplett umsonst. Also das komplette Event ist für euch kostenfrei. Meldet euch gerne an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Ich würde mich freuen, so viele wie möglich von euch dort begrüßen zu dürfen. Alles weitere findet ihr dann eben auch an Infos, wenn ihr auf den Link draufklickt. So, nun gucken wir uns mal die aktuelle Bewertung von PayPal an. Wir haben hier ein KGV aktuell so von ungefähr 18. Ein erwartetes KGV von 11. Free Cashflow Yield, die mittlerweile so bei 4,7% liegt. Unternehmenswert der EBDA 10,8. Eine Pack Ratio von 0,5. Also, da sieht man schon, PayPal ist jetzt wirklich ein Unternehmen, wo man sagen kann, die sind jetzt mittlerweile günstig bewertet. Also ich glaube, da würden jetzt wenige sagen, nee, das Unternehmen ist immer noch sehr teuer von den Bewertungskennzahlen her. Da sind schon einige Zahlen jetzt wirklich dabei. Also das Forward KGV ist wirklich attraktiv. Die Pack Ratio auch unternehmenswert EBDA. Also wirklich einige Sachen, wo ich sage, ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Free Cashflow Yield finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so hoch für ein Unternehmen, das so stark abgestürzt ist. Aber gerade bei den Cashflows hat es eben auch so in den letzten ein, zwei Jahren ordentlich gehabert bei dem Unternehmen, sodass man sagen muss, okay, das ist nachvollziehbar. Das kann ja auch nicht jede Zahl dann so unfassbar günstig sein. Deswegen, da steckt jetzt auf jeden Fall einiges an Potenzial, meiner Meinung nach, drin. Jetzt gucken wir uns mal an, wie war denn ansonsten so die Entwicklung? Also hier nochmal so vom letzten Quartalsbericht. Die aktiven Accounts, die sind zurückgegangen. Das hat aber einen guten Grund, denn PayPal hat so ein bisschen den, ja, Toten oder den Geisteraccounts den Kampf angesagt. Da wurden halt so tote Accounts quasi geschlossen. Auf Quartalssicht sind es nur noch 2 Millionen Rückgang gewesen und eben auf Jahressicht so knapp 9 Millionen. Deswegen, das ist jetzt eine Zahl, die aktuell nicht so aussagekräftig ist, viel wichtiger. Was machen denn die aktiven Accounts? Also Number of Payment Transactions, die ist um 13 Prozent nach oben gegangen, auf Jahressicht und auch auf Quartalsebene. Um 8 Prozent allerdings ist die Quartalsebene schwierig, da natürlich das Weihnachtsquartal, also bis Dezember, natürlich immer das stärkste im Jahr ist. Die Payment Transactions per Active Accounts, die sind 14 Prozent nach oben gegangen. Also auch das ist eine wichtige Metrik, dass also die Nutzer, die auf PayPal sind, es auch immer mehr nutzen. Und das Total Payment Volume, das ist ordentlich nach oben gegangen, um 13 Prozent. Also da merkt man schon, es läuft an vieler Stelle wirklich gut, aber es gibt auch hier einen kleinen Wermutstropfen, nämlich die Transaction Margin. Die ist ordentlich zurückgegangen und zwar um fast 4 Prozentpunkte auf Jahressicht hingesehen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also es gibt hier nicht nur Positives, man muss da wirklich immer alles mit begutachten und die Transaction Margin. Es ist natürlich schön, dass 13 Prozent mehr Payment Volume ist, aber das ist ordentlich. Also 4 Prozentpunkte in einem Jahr, das ist auf jeden Fall etwas, das nicht ganz so positiv dann ist. Dann gucken wir uns mal weiter so das operative Geschäft an. Wie ist es denn so insgesamt dann gelaufen? Vor allem so in den Ländern ist es hier natürlich interessant. Also die Revenues haben wir schon gehört, 9 Prozent sind die nach oben gegangen oder dann eben auch die From Other Value Added Services, die sind ebenfalls um 9 Prozent nach oben gegangen, auf Jahressicht hingesehen. Die US-Net-Revenues, die konnten auch deutlich angehoben werden, gerade die USA ist natürlich immer da so ein wichtiger Markt, aber auch da sind sie auf Jahressicht hingesehen um 8 Prozent gewachsen. Die International Revenues, die sind sogar um 10 Prozent gewachsen. Also insgesamt kann man da sagen, das sind wirklich zufriedenstellende Zahlen gewesen. Hier sehen wir jetzt mal so die ganzen Plattformen von ihnen. Wie war denn so das Wachstum so im Total Payment Volume in den verschiedenen Plattformen, also Paypal Branded Checkout 6 Prozent, dann PSP ist um 30 Prozent gewachsen, Venmo hier um 9 Prozent, also gerade Venmo ist natürlich auch ein wirklich wichtiger Baustein für die Zukunft, weil es ja natürlich so ein riesen Ökosystem für das Unternehmen bedeutet. Dann Ex-Venmo P2P minus 4 Prozent und eBay, ja gut, ist mittlerweile nicht mehr so wirklich relevant, deswegen da würde ich gar nicht mehr allzu sehr drauf eingehen, also insgesamt 12 Prozent. Dann einer der wirklich sehr positiven Punkte, die man bei Paypal ebenfalls noch mit hervorheben muss, ist ihre Bilanz, denn die ist meiner Meinung nach wirklich super clean, also die sieht wirklich sehr ordentlich aus. Man sieht jetzt mal hier so bei den Verschuldungen, wenn man da anschaut, also Long-Term Debt, das ist dann eben die langfristigen zinstragenden Schulden, 9,6 Milliarden, aber man sieht, das wird allein schon fast mit ihrer Cash-Position egalisiert und dann haben sie eben noch ihre Short-Terms-Invests von fast 5 Milliarden Dollar, also insgesamt könnte man sagen, sie haben so ungefähr 4,5 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und das Unternehmen verdient ja auch weiterhin wirklich sehr viel Geld, also das sieht wirklich alles sehr ordentlich aus. Sie haben auch hier ja eigentlich keine wirklich sehr große Goodwill-Position, also gerade wenn man es so mit Bezug auf die Total Assets nimmt, ist es eine wirklich geringe Prozentzahl, wenn man dann nochmal zur Total Equity schaut, ist es ungefähr 50 Prozent, ein kleines bisschen mehr, also auch das wirklich nichts Wildes, deswegen die Bilanz meiner Meinung nach von PayPal, die sieht wirklich sehr ordentlich aus. Jetzt fragen sich aber vielleicht dann viele, hey, wenn jetzt alles so gut war, wieso ist die Aktie dann nochmal so nach unten abgedriftet nach den Zahlen und eine der großen Probleme war wahrscheinlich die Erwartung, dass man da mehr erwartet hatte. Man hat hier nämlich so 5,10 Dollar ausgerufen als Earnings per Share Wachstum und der so gemeine Konsens, der lag nämlich hier bei 5,53 Dollar und das ist natürlich schon ein ziemlich großes Gap, das hier so entsteht, also da reden wir gut und gerne von einer Milliardensumme und das war dann wahrscheinlich so einer der Punkte, der eben gar nicht gut angekommen ist, denn auch hier bei der Guidance hat man zum Beispiel gesagt, man möchte mindestens für 5 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Das macht natürlich auf dem aktuellen Niveau sehr viel Sinn, wir haben es auch in der Bilanz gesehen, also allein ihre aktuelle Nettoliquidität würde dafür schon fast komplett ausreichen und da ist ja eben noch kein neuer Dollar dann mit dazugerechnet, den sie verdienen. Also da kann man auf jeden Fall sagen, das können sie sich definitiv leisten und macht auch auf dem aktuellen Niveau Sinn, würde auch viel mehr Sinn machen, als jetzt da irgendwie eine Dividende auszuschütten, gerade da der Kurs ja eben auf nicht mal drei Jahre Sicht um über 80 Prozent mittlerweile eingebrochen ist. Deswegen, da haben sich dann natürlich viele gefragt, okay, wieso ist die so schwach? Und da habe ich einen super Hinweis aus meinem Team bekommen, vom Alex, deswegen geht ein Shoutout auch da raus, weil ich schmücke mich nicht mit fremden Lorbeeren, der hat das unter dem Podcast gemacht, wo wir auch schon kurz auf die PayPal-Zahlen eingegangen sind und das hatte ich nicht gesehen, weil ich habe mir nicht alles durchgelesen, so beim ersten Mal. Aber PayPal hat nämlich gesagt, also diese so sind ungefähr 1,8 Milliarden, von denen wir da sprechen, die also hier so adjustiert worden sind bei den Ergebnissen, bei den Erwartungen, dass da nämlich die Stock-Based-Compensation-Kosten mit dabei sind. Also sprich, das ist ja diese Ausgabe der neuen Mitarbeiteraktien. Also wenn jemand neu anfängt, bekommst du manchmal Optionen, und manche bekommen sogar schon richtige Aktien oder es ist eben auch ein Teil der Vergütung, dass du Aktien bekommst von dem Unternehmen. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass die Anzahl der ausstellenden Aktien in der Regel steigen, wenn das Unternehmen nicht Aktien zurückkauft. Und das, also diese Share-Based-Compensation, werden die genannt, das wird leider auch bei den Ergebnissen mit dazu gezählt. Also sprich, beim Free Cashflow zum Beispiel, da ist eben auch diese Position mit dabei, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da gibt es auch rege Diskussionen dazu. Wenn man nämlich mal anschaut, wie hoch diese Share-Based-Compensation bei ihnen sind, im Jahr 2023 waren das nämlich fast 1,5 Milliarden Dollar. Also sprich, dieses Gap 1,8 und 1,5 Milliarden nur Share-Based-Compensation, da muss ich persönlich sagen, okay, dann ist das ja für mich gar nicht mehr so problematisch. Natürlich, man darf auch nicht vergessen, bei den Erwartungen, dass mit Sicherheit auch die Share-Based-Compensation, ja, so ein Stück weit, vielleicht auch mit berücksichtigt worden, das ist natürlich schwierig zu sagen. Aber dass sie das hier abziehen, finde ich auf jeden Fall, ja, auch den Aktionären sehr fair gegenüber. Da gibt es andere Unternehmen, wie zum Beispiel Palantir, die die Share-Based-Compensation gerne überall einfach mal mit rausrechnen und so. Also das ist auch immer ein großer Kritikpunkt meiner Seite aus. Das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr gut. Und den Aktionären gegenüber also wirklich eine sehr gute Kommunikation, muss ich ehrlich sagen. Und daher, das ist was, was ich auf jeden Fall sehr wohlwollend aufgenommen habe und ich da wirklich sehr gespannt an bin und das Ganze dann eben auch so ein Stück weit in ein anderes Licht dann wieder darstellt. Hier sehen wir jetzt mal so die Aussichten, wie die aktuell aussehen, die Erwartungen. Also man rechnet tatsächlich damit, dass im Jahr 2024 das Ergebnis noch mal ein Stück weit nach unten geht. Beim Free Cashflow, da soll es ein großes Wachstum geben. Bei den Net Sales da, also bei den Umsätzen, soll es auf jeden Fall weiter wachsen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ganze so dann rauskommen wird. Das bleibt natürlich abzuwarten. Erwartungen sind halt eben immer Erwartungen. Das ist immer schwierig zu sagen. Deswegen, da werden wir jetzt mal gespannt auf das Jahr schauen. Es sieht auf jeden Fall aber ganz gut aus. Nun natürlich aber die Frage, wie möchte PayPal denn diesen Turnaround nun schaffen? Was haben sie denn alles so beim Innovation Day angekündigt? Und das erste Problem, das sie hier angehen möchten, ist der Checkout-Prozess. Massively accelerated the Checkout-Prozess because that's what our customers expect. Just log in with your face or fingerprint and in one tap you are good to go. And this will reduce latency by as much as 50%. This will enable you to check out twice as fast, all with the same level of security and trust you've come to expect from us. Diese Änderung klingt jetzt vielleicht für viele nicht ganz so spektakulär. Für mich ist sie aber tatsächlich ein echter Game-Changer, dass sie hier diese Zeit für eben Einloggen beziehungsweise Verkäufe zu tätigen, um knapp 50% reduzieren möchten. Das sind schon wirklich sehr gute Nachrichten. Ich glaube, jeder von uns kennt das schon mal, wenn wir ein Produkt zum Beispiel auch irgendwo auf Amazon gesehen haben. Sie haben jetzt mittlerweile auch diese Ein-Klick-Methode. Du klickst auf einen Button drauf und kannst es sofort kaufen. Du ziehst einmal deine Zahlungsoption, kaufen, fertig und dann machst du das. Das passiert ja oft, dass du da sitzt und denkst, hey, das brauche ich jetzt unbedingt, das kaufe ich mir. Ich klicke drauf, okay, ein Button, kauf, klick und weg, ja. Wie oft habt ihr es schon gemacht, dass ihr bei Amazon Sachen zum Beispiel euch in den Warenkorb gelegt habt, dann seid ihr weitergegangen. Okay, dann müssen wir jetzt angucken, in den Warenkorb rein, Bezahl-Methode, Adresse auswählen und irgendwann so nach einer Minute, selbst wenn es nur eine Minute war, habt ihr euch dann gedacht, ach, wisst ihr was, eigentlich brauche ich es doch nicht, ja. Ich glaube, diese Hürde, beziehungsweise ich weiß, dass diese Barriere, beziehungsweise diese Reduzierung der Zeit wirklich große Auswirkungen haben wird. Ich kann euch da auch mal ein super Beispiel aus meiner Zeit im Handel nennen, als wir persönlich bei meinem früheren Ausbildungsbetrieb einen Online-Shop eingeführt haben. Da gab es dann mal so erste Auswirkungen nach einigen Wochen. Wir haben eben einen neuen Online-Shop gelaunched und dann wurde uns erzählt, oder was wir der Meinung sind, die Leute, die sich Sachen in den Warenkorb legen, also vom Weg vom Warenkorb bis zum Bezahlen, was meint ihr? Überlegt euch mal selber kurz, was glaubt ihr, wie viele da noch abspringen? Es sind 70% gewesen. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie wichtig es ist, diese Zeit so schnell wie möglich zu halten, beziehungsweise so stark wie möglich zu reduzieren und dass dann eben auch bei PayPal nur mit einem oder zwei Klicks das Ganze dann vonstatten gehen kann, auch das Login und so. Das ist wirklich eine sehr gute Neuerung meiner Meinung nach und könnte eine große Auswirkung haben. Also dann eben wirklich sehr viel mehr Transaktionen, die da getätigt werden. Und da seht ihr es, Fastlane in Zusammenarbeit mit diesem schnellen Login, den es dann jetzt hier bei PayPal gibt, beziehungsweise diese schnelle Abwicklung, das macht super viel Sinn. Also wie eben gerade erwähnt, diese ganzen Prozesse, die müssen super schnell gehen, weil die Leute es sich dann eben doch wieder anders überlegen, aber oft dann eben während dem Prozess. Ich glaube, jeder von euch kennt es, wenn man dann was bestellt hat, also oft ist es dann halt so, gerade wenn es nicht so teuer ist, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es bestellt, dann passt es dann für mich soweit. Aber es kann dann eben doch oft sein, dass man dann halt irgendwie sagt, nee, ich möchte es jetzt irgendwie doch nicht haben und dann breche ich ab. Aber eben, wenn es schon bestellt ist, zurückschicken, möchten es viele dann eben doch nicht. Deswegen auch Fastlane gerade in Zusammenhang mit diesen neuen Checkout-Prozessen. Wirklich super spannendes Thema für mich und macht durchaus Sinn. Als nächstes wollen wir uns mal anschauen, was sie ansonsten noch so gerade im Bereich Cashback geplant haben, denn auch da gab es einiges zu erzählen. Also ein Cashback-Programm macht natürlich durchaus Sinn. Das sorgt immer für eine hohe Kundenbindung, dass die Leute dann eben lieber bei diesem bestimmten Händler dann einkaufen möchten, als eben bei einem anderen, weil sie dann eben Cashback dann bekommen. Und ich glaube, viele von euch wissen es ja, wie viele Sparfüchse es dann gibt, vielleicht auch unter euch dann. Ich meine, wer spart nicht gerne mal den einen oder anderen Euro oder bekommt ihn als Cashback dann zurück? Und gerade die Amerikaner, die sind ja sowieso dann noch mal auf einem ganz anderen Level, als wir hier bei uns, was das Sparen oder Coupons dann angeht. Deswegen durchaus ein wirklich sehr interessanter Schritt. Die Frage ist natürlich nun nur, wie möchten sie denn das Ganze umsetzen? Also gibt es das irgendwie einfach mal so random dann oben drauf? Oder muss man dann eben hier zu bestimmten Händlern nur gehen? Oder wird vielleicht sogar was vorgeschlagen? Auch dazu hat PayPal dann was Spannendes gesagt, auch wie diese ganze Technologie dann funktionieren soll. Also eben auch AI ist ein großes Thema und gerade bei diesen hohen Anzahlen an Transaktionen, die da abgewickelt werden, da kann man natürlich davon ausgehen, dass PayPal hier auf jeden Fall sehr viel Wissen über seine Nutzer hat und da dann eben auch zielgerichtet neue Angebote schalten kann. Das macht sie natürlich auch für neue E-Commerce-Partner wieder sehr interessant. Gerade wenn man in einem großen Netzwerk drin ist, wir haben es ja gesehen, die Nutzer also weit über 400 Millionen, also geht sogar, wenn jetzt dann mal so diese ganzen Geist-Accounts geschlossen sind mit Sicherheit, auch mal wieder so Richtung der halbe Milliarde Nutzer. Das ist schon wirklich sehr interessant für viele Unternehmen dann. Deswegen auch das könnte wieder so ein bisschen für neue Kunden sorgen. Darum wieder dann eben mehr Leute, die dann auf die Plattform möchten, um wieder Cashback zu kassieren. Also auch das eine Neuerung, die meiner Meinung nach durchaus Sinn macht. Sie möchten aber auch noch bei Venmo das ein oder andere machen und das eben attraktiver gestalten. Und dazu gucken wir uns auch noch mal kurz was an. We are offering an entirely new way to use Venmo to get on someone's radar and grow your business. First, we're adding a subscribe button wherever you appear in the feed. Now, every time a customer pays you, they're also giving you a chance to gain subscribers because their friends, neighbors, and the local community will see you. Second, we're going to enable small businesses to leverage this exposure to potential customers close by and offer them cashback deals in seconds. Also sie möchten so eine Art Subscriber-Programm machen, also Abo-Modell. Also das ist jetzt nicht, dass man da monatlich dann was bezahlt, sondern dann eben einfach, dass man sozusagen folgen kann, also ein bisschen den sozialen Aspekt mit reinspielen. Und auch das kann natürlich durchaus Sinn machen in dem Bereich. Also man möchte Venmo eben auch mehr noch so bei den Händlern mit einbinden, weil es ja eben auch eine Bezahlungsabwicklung dann ist und auch das definitiv etwas, das Sinn machen kann und viele dann eben vielleicht doch anlocken kann, weil man ja dann auch Vorschläge dann wieder bekommt, vielleicht auch was, was gerade bei dir in der Nähe dann eben ist und besonders viele Follower dann hat. Also auch das kann natürlich dann eben wirklich wieder so diese Netzwerk-Synergie-Effekte erzeugen und da sind eben super viele weitere Sachen dann eben auch noch geplant. Also ihr merkt es schon, es tut sich wirklich einiges bei PayPal. Das ist ja auch immer was, was ich immer sehr bei dem Unternehmen ja kritisiert habe, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, sie haben sich auf ihren alten Lorbeeren ausgeruht, wenig neue Innovationen und da waren jetzt doch schon einige Sachen mit dabei, die ich wirklich sehr spannend finde. Sie möchten auch zum Beispiel noch beim Auschecken, also beim Bezahlprozess, dass bei dem Kunden dir ein Vorschlag gemacht wird, was die AI glaubt, was du als nächstes kaufen möchtest, auch mit einem speziellen Cashback-Deal dann sozusagen einhergeht und dir vorgeschlagen wird. Also da sind schon wirklich sehr viele Sachen in der Pipeline. Die Frage natürlich wie immer um die Umsetzung, wie das Ganze dann vonstatten gehen wird, ob es der Kunde überhaupt so annehmen wird, wie sie sich das vorstellt. Das sind jetzt halt noch so alles die Fragen, die dabei geklärt werden müssen. Aber wie gesagt, man hat das Gefühl, es tut sich auf jeden Fall was. Was kann man nun als Fazit sagen? Die PayPal-Aktie ist meiner Meinung nach zum aktuellen Zeitpunkt wirklich recht attraktiv beziehungsweise günstig von der Bewertung her und man merkt, dass der neue CEO schon wirklich so an der einen oder anderen Stellschraube gedreht hat. Es war natürlich am Anfang so ein bisschen eine schwierige Kommunikation, auch mit diesem We will shock the world und so. Ja, alles ein bisschen schwierig. Ich habe auch damals gesagt, als es vor ein paar Wochen war, für mich ein kleiner Fehlstart des CEOs. Allerdings die Sachen, die dann dort eben kommuniziert worden sind, also die Neuerungen, die halte ich persönlich für sehr sinnvoll und kann auf jeden Fall das Unternehmen an sich voranbringen und auch einige andere Sachen haben mir bisher gut gefallen, sodass ich da auf jeden Fall sagen muss, da ist vielleicht auch meine Aussage damals so ein bisschen zu schnell gewesen. Deswegen dafür auf jeden Fall nochmal Entschuldigungen von dieser Seite aus. Also ich habe damit auch keine Probleme, dann mal was zu sagen. Das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft in Social Media. Da muss man oft sehr kurzfristig Sachen dann eben einordnen und für mich ist es auf jeden Fall ein bisschen komisch gewesen, die damalige Kommunikation beziehungsweise wie es eben dargestellt wurde und dahingehend also so diese richtig krassen Sachen, die man halt erwartet hat, die sind jetzt natürlich nicht gekommen, aber viele kleine Sachen, wo ich sage, ja, das macht wirklich Sinn und das könnte das Unternehmen auf jeden Fall voranbringen. Deswegen glaube ich, dass jetzt einfach so das Chance-Risiko-Verhältnis von PayPal gar nicht so schlecht ist. Also sie haben eine, wie ich jetzt finde, wirklich vernünftige Bewertung für ihre Verhältnisse und es ist ein Unternehmen, das nachweislich sehr viel Geld verdient und eben jetzt auch in der Zukunft doch einige Neuerungen in der Pipeline hat, die auch nochmal so die Ergebnisse ein Stück weit beflügeln könnten. Neues Management merkt man eben sofort, da geht immer was dann eben und das könnte das Unternehmen wieder so ein bisschen neues Leben einhauchen. Ich persönlich werde aber trotzdem nicht da rein investieren, weil ich ein sehr fokussiertes Portfolio habe. Ich habe nur zwölf Aktien im Portfolio, da möchte ich nicht auf irgendwelche, weil aktuell ist es eigentlich für mich fast eine reine Turnaround-Spekulation zu diesem Zeitpunkt, weil sie trotzdem sehr viel Konkurrenz haben. Die Neuerungen, man muss sie erstmal umsetzen und dann müssen sie auch noch fruchten, also auch da, man sollte nicht immer nur davon ausgehen, weil was angekündigt wurde, dass es sofort umgesetzt und auch einschlägt dann, also das sind immer noch sehr viele Fragezeichen dann einfach, die mit dazugehören. Man kann das ja auch zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht abschätzen, wie das eben sich auswirken wird. Daher halte ich es trotzdem für wirklich sehr wahrscheinlich, dass der Turnaround kommt, werde aber trotzdem nicht in die Paypal-Aktie investieren aus diesen genannten Gründen, weil ich eben auch überhaupt nicht so in diesem Segment der Turnarounds gerne unterwegs bin. Da würde mich natürlich aber trotzdem eure Meinung dazu interessieren. Glaubt ihr, Paypal schafft den Turnaround oder nicht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein und wenn ihr jetzt wissen möchtet, welche zwölf Aktien sich denn bei mir im Portfolio befinden. Ich blende euch hier mein letztes Depot-Update ein. Da erfahrt ihr alles, was sich bei mir aktuell im Portfolio befindet, welche Aktien zuletzt gekauft und verkauft habe und auch welche Aktien ich noch so aktuell auf dem Schirm habe.